Ich habe keine Fahrzeuge. Ach, noch keine Bar gerade. Wechselst du denn das Spot, wenn du mal tot bist? Na besser, ich lass mich erschießen, sonst wird das nicht mehr heute. Ja, natürlich. Alter! So, erster Kill. Tito. Mann! Jetzt kriege ich gerade noch, ob ich ihn als Wegekiller habe? Ne, ob ich erschossen. Oh, komm, komm, komm. Ach, geil. Oh! Ich mach mal den Battlescreen an. Ja, nur Hölfte. Beide schwerer. Ah, geil! Ich denk ans Wechsel. Mach! Das gibt's nicht. Achja. Genau, deswegen wenn ich jetzt nochmal starte. Ah, alter! So, Gegner eliminiert. Und er hatte schon wieder den ersten Leck, aber das ist irgendwie immer nur bei der Karte. Jetzt wissen wir nicht warum. So, schon. Alter! Rechtspanzer, genau da. Oh, alter! 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 Du musst dich doch bewegen, Markus. Nicht so frei. Was ist denn jetzt hier, alter? Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Wirst du noch da? Noch ein Panzer. Ich krieg'n, Kind ey. Ich krieg'n. Ich krieg'n. Ich hab'n und ich krieg'n und ich krieg'n. Ich hab'n und ich krieg'n und ich krieg'n. Ich hab'n und ich krieg'n. Ich hab'n und ich krieg'n. Das ist der Blöde. Das ist der Blöde. Ich hab'n gerade anders. Hicke tot, ja? Ja. Hatte vorher noch nen Panzer beschossen. Der Panzer fast kaputt, er steckt aus, rennt weg, rennt wieder hin zum Panzer, weil ich wollte den reparieren. In dem Moment explodiert der Panzer, weil er so kaputt war. Nein. Dadurch ist der Panzer kaputt und der Typ ohne Kapitänz. So, du musst dir bescheiden. Lass mich gut auf den Aufmerksamkeit halten, ich danke dir. Ja, ja, ich muss ja. Wenn du wieder deinen eigenen Wege läufst. Hörst du gerade hinter mir oder das Kollege? Ah, ich messer erst mal hin. Ich bin, äh... Gemessert. Bestorren. Ich bin auf dem Weg zu A. Dritten Panzer? Ja, hier hinten ist... Action. Unser eigenen Wester. Mhm. C. Ich arbeite. Ähm... Och... wo ist man da wo sind unsere leute die sind ja alle beim obelisten wir gehen jetzt hier gerade geschlossenen rüber zu gehen da spielt die schreie ja zu hatte hatte mit der mauer so weins was macht was macht was macht was macht was macht aussteigen 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 er wurde doch schon was den überfahren ja da der c4 sitzt Das hast du aber Glück, oder? Ja, jetzt soll ich mal wieder fahren. Keine Fahrnehm. Was willst du bei ihr? Achse, Mensch. Ah, ich liebe der Panzer. Denk dran. Ah, ne. Ich geh vorne. Was hier? Ey, nee, aber... Okay, Hilfe, klasse. Hey, wer schießt denn da? Du war ran? Hinter dir im Waggon. Im Waggon drinnen, hinter dir. Ja, jetzt ist er ausschließend auf der anderen Seite. Jetzt rennt er die... Na, ich sehe ihn. Parallel zu dir. Voll der Guerillakrieg hier, ey. In jedem Loch haust du ein Affe. Hehehe. Wuschtbar. So war's. Hehehe. Ah. So, ja, dann kann man gehen. Dann ziehen wir ein bisschen Feuer auf uns. Panzerstreck links. Oben auf den Gleisen. Oben auf den Gleisen. Haha. Trauer? Ja. Jo. So. Wer kann man denn jetzt hier? Mensch, drei Mühe. Panzer? Schöner Schuss. Hey, danke. So. Wo? Wo? Wo sind wir hier? Kasten? Ich hab keinen... Oha. Wo? 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 Hä? Hä? Ich will ja gern retten, aber... Ja, ja. Und von weit bist du gestorben? Es stand da Panzer, aber da ist einer rumgerannt mit dem Raketenwerfer. Ich hab keine Ahnung, warum. Wo, nimm man hin? Jo, super. Bää. Bää. Hä? Hat er? Ja. Hatse, geh mal hinter dich. Hinter dich? Ja, mit dem nächsten Mal kommen ist Ena. Ja, da ist der. Na scheiße. Mich hat er? Er rennt jetzt so ein bisschen in deine Richtung. Unten an der Mauer lang. Jaaaa, gut. Ich kann nicht rassen. Danke. zukunft doch da oben ist schon ja ab ihm ja gleich groß und ihr laden ja das müsste jetzt unbedingt einer sein habe ich auch gesehen ich verstehe zu 82 kann sich umdrehen werk in beschießen und bei dem reichen 2 drauf ab und du bist ja noch kein level 100 idiot 120 ist ja ich bin level 108 ich nähe mir alles nieder das ist ein rasenmäher gerade Mh? Jo! Dann hab ich hier seine Krüs voll Ehh! ist aber einer sauer auf mich warum denn das der schießt da mit seinem panzer unentwegt aber ich stehe hinter der mauer wo ist der panzer du kumpel ziel hier wie sagst du bei ja bei der und ein bisschen ja fahrzeug zerstört so ist ein panzer voll so sind ja noch gegner die kommen wir schon da ist ja ich sehe da auf der minimap das da sind ding besetzt ist also da kommt ein panzer wieder schießt fleißig was geht da uns scheiße haben alle jetzt von c angeflitzt ja du kommst du raus schuldig hinter dir kommt auch jetzt ein panzer um der ecke gleich aufstraße wo du gerade lang wirst da hat mich aber ein anderer mit dem rpg ausgelöscht im schuss ja ja ich war ja schon runter der typ im panzer der mit mir da gefahren ist ja hat er nicht repariert selten faules stück mann klasse ich habe dann machen wir mal versorger hier mann immer der gleiche bringt mich heute immer dieser panzer ja 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 Für Geld. Scheiße. Na, kommen wir in Kontakt? ане Danke. Danke. Sob ich schon. Sob ich ja. Was sind hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. und renn doch hinterher du Lappen so macht man das ok So, die Flage eingenommen, sehr gut, ab nach A. Und ich wurde wieder befördert. Ey, ey. Hast du den Kill gemacht? Nee. Schon mehr Gehilfe, hier krieg ich. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Boah, ich bin gerade die Treppe hier nicht hochgekommen. Meine alte Drückenleine. Mhm. Warum hat es verwollt noch geblinkt, wa? Ja, ja, da ist ja Ina reingelaufen, aber ich weiß nicht, kommt man hier irgendwo nach oben oder so? Ja. Da ist er. Appen. Gut. Was sagst du? Hä? Du hast mich gerade auf chinesisch vollgequatscht. Ja, das tut mir leid. Kannst du nicht wiederholen. Ich weiß nicht, hier oben kommt ihr da. Das war zu... Wo? Von wo? Warte da. Lassen? Danke. Ich bin gerade am Nachladen gewesen. Bei LMG dauert das immer ewig. Ich merke es auch hier. Klar oder so. Gut. Achso. Wie schießen die denn hier? Ich will auch mal ihn abknallen. Mach doch. Find gehen. Nee. Hey, sag mal. Sicher? Du lichtst eine Leiche von uns. Scheiße. Was machen die hier? So, so. Wir zur A oder was? Jo. Ich laden auf den... Aber über den Bahnhebergang gehen, nicht über den Gleise. Nee, nee, ich bin unten durch. Au. Fuck, was fand ich denn? Was machen da? Oh, da kommt ja so ein Panzeratze. Vorsicht. Ein Panzeratze. Hehehehe. He. Scheiße. Einsatz Ziel Charlie wurde erobert. Ich schnapp mir jetzt den Panzer. Mach das. Eins, zwei, drei. Jawohl. Jawohl. Heißer Zeug. Sehr gut. Oh, Hilfe zieht das Kill. Danke. Ich würde schon sagen, ey. Ui. Mein 6-Kill-Trick wurde gerade erledigt. Scheiße. Trotzdem ist der Schulle vor mir. Er kriegt der Schulle in den Aspen. Ja, was soll ich sagen? Wir wurden ja auch befördert. Sorry, sollst du sagen. Sorry. 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 Soll ich mich ja entschuldigen? Hehehehe. Du hast einen Humor. Na, es geht nicht ab. Der Wahnsinn. Wieder Killhilfe, ey. Oh. Ui. Hey. Arschloch. Hm. 31 Punkte treffen lassen. Da ist es. Hm. Na, Alter, so gut. Scheiße. Geist von dir scheint, ich weiß sicher, in dir Schütze zu sein. Kann aber so viel machen. Einsatz, die Charlie ist verwandt. Wo kämpfst du? Da kämpft ich ja gerade um den C. Nee, ist das der C? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich weiß gar nicht wo ich bin, oder? Oh, mach's doch. Mist. Oh, da hab ich aber hier auch Leute gebunden. Alter, geil. Da muss ich gerade so fünf, sechs Leute beschäftigt haben. Nein, ist so viel mit? Nein. Ich hab Sichtkontakt zu dem feindlichen Panzer. Best nicht deiner Position. Alter. So, ich krieg erst mal ein bisschen Juni hier. Dopp-Punkte, ne? Oh, ich muss mich ja wieder anstrengen. Du bist ja vor mir. Scheiße. Einsatz Ziel Delta und neutralisieren. Danke. Was denn? Jetzt kommt sie in eine Panzerlösung, so scheiße. Mist. Wir haben Einsatz Ziel Charlie erohlt. Hier, schrecklings. An der Mauer. Hm. Massen? Ja, sicher. Und hier muss irgendwo ein Panzer rumtunneln. Ach, zwei. Ja, da vorne. Geil. Und C4, ist klar. Oh, 1, 2, Panzer. Hm. Und nochmal ein paar ganz viele Fußidioten. Da vorne, kommt er. Ja, ich bin dabei. Oh, ich kann ja gar nicht reparieren. Ey, vier Treffer schon. Glaubst du das? Ich glaube, die haben es. Fünfter, okay. Allerdings. Höchster Panzer. Wie löst das auch nachher mit RPG rumstand. Ja. Äh, das ist ein schöner Neemisch. Lass mal. Allerdings. Was denn? Mütige. Ja. Aber einer rennt hier noch mit der RPG rum. Hm. Flucht nach vorne. Jawohl. Aus dem Weg. Ja. Komm an hier hoch. Wo bist du denn? Ach so, bist du gar nicht mehr in meinem Panzer? Nee, ich bin noch ausgestiegen, weil ich doch den da mit... Und warum? Dingens verschießen wollte ich. Nur für den Kick, für den Aufblick? Und warum? Ja, genau. Ich. So. So. Da kommt die noch. Da ist ein feindlicher Panzer. Mann, die Fiefer trinken ja. Also. Dritte Panzerhandfahrer. Ja, ich habe immer wieder einen Kill gemacht. Bitteschön, komm. Fahr mal zu. Wenn der Pferdezug hier weg ist. Genau da. Oh, hat da mal Glück gehabt. Ist der Unterstrumpf? Okay, ist tot. Ich habe auch keine Hilfe gekriegt. Oh, man muss einen Container hier. Da ist eine Spawnback. Oh, da sind es wieder. Schieß! Du musst mich erst mal sehen, wo du meinst. Ich meine meinen eigenen Panzer schießt. Oh, da musst du nachladen. Jetzt kommt er raus. Tot. Oh, hier sind die weg. Oh, oh. Hier sind wieder C4 Juden unterwegs. Die schleichen hier schon rum hinter der Mauer hier. Hier oben? Oder hier unten? Hier vorne. Wo man ein Rohr einzeigt. Das ist ein leeres Fahrzeug. Ja, lustig. Ist einer angekommen mit dem Brot. Ja, der ist hinter uns. Oben auf der Gleise. Raus, raus. Tot. Ey, von links und rechts. 25 Kills. Was hast du? Oder 14, 14. Ist auch schon was. Ja. War so viel. Na ja. Man stirbt doch, du Affenkopf ey. Kommt hier hin oder her auf jemanden. Kommt hier hin oder her auf jemanden. Kommt hier hin oder her auf jemanden. Kommt hier hin. Was ist so ein Zucht? Ist eigentlich normal. Ein Zucht hab ich gemacht. Sehr schön. Lass es sehen. Oh, immer der gleiche. Ist klar. Ist es hier. Hilfe, Einsatzstil, Reider ist jetzt unter unserer Kontrolle. bist du gerade gestorben ich bin gestorben du bist ja schlecht hast du den nicht hatte blöderweise ran gesucht und da ich bei mir so ein blödes 2 zu machen aber du hast wirklich die komplette munition verballert und dann konnte er erst schließen trotzdem mal der spielst ja viel zu selten wir wissen es ist ja immer alleine spielen also von woher geht das Alter von wo denn du denn da? Von da hinten? Du Scheiße. Die gewinnen ja schon wieder raus. So, mal gucken. Also mit so einem Quad oder was er da war gegen Zug fahren ist auch nicht sinnvoll. Da gewinnt auch der Zug. Geben Fahrzeug. Ich flieg dich zusammen. Ah, Mann. Schade. Hab ich ihn auf 8% geschlossen? Schauf ich's noch? So, bin ich ja mal spannend wie viele Punkte ich jetzt kriege. Ja, freilich. Also ich glaub 38.000 und du hast 138.000. Na, fast. Na, komm mal. Ah, noch eine Beförderung? Zweir. Und? Und? 130.000. Ja. Was ist jetzt für nur? 7? 34. Oh, nein. Ich brauch 200.000 Punkte pro Level. Ja. So. Ordentlich. Aber ich sag mal, das lohnt sich schon, ne? Mit WXP und dann die 200.000. Ja. Dann kommt's. Vielen Dank.